herzlich willkommen zu einem weiteren neuen let's play und zwar von rocket league ja das spiel ist ultrageil fabian clemens kann es auch bezeugen wir rocken gerade das game zu dritt ja fabien muss starten also gut ich dachte schon einige neue sachen ein freund hat uns endlich ein ts server mal zur verfügung gestellt das heißt wir müssen es nicht mit diesem scheiß skype lassen lassen das zu hitzen das hat echt irgendwann mal nur noch genervt naja gut und ich denke mal jetzt kann es losgehen also ich bin voll dabei ja das linke auto ist meins das und damit ist fabian das hier rechts ist clemens mit den zaubererhuter nur vorübergehend solange ich was bestes hat okay also clemens fabians mehr so die stürmer ich bin der da hinten steht und versucht zu blocken deswegen habe ich das schon etwas versucht zu lernen aber ich bin noch anfänger ich bin noch nicht der beste drin aber es macht spaß und wir haben bisher jenen abgezogen immer also zumindest mit mir bis jetzt schon ich bringe euch glück und nicht nur glück so aus kill so jetzt beginn des neuen spiels alle bereit dann kann es ja losgehen ok jetzt aber es ist ziemlich ja das müssen wir den spieler sound ein bisschen leise stellen aber das geht gerade nicht ich wollte weg auch da es kann sein dass ich gerade fabian täglich nicht so gut hört aber so jetzt habe ich mal jetzt müsste jeder gut hörbar sein nein das war zu schlecht getimt oh mein gott nicht mit mir das ist mein tor so wie zum thema nein scheiße spider car ups nein scheiße ich hab's ja ich wollte ja auch wir müssen so gut haben wir sagen ich hab den lokalen geflogen ach quatsch ich bin so okay ich sie durch okay dann von mir weil es von er wird bis in die Mitte wenn ich in die Mitte da war warum ich jetzt auf einmal warum sind wir alle auf einer Stelle schlechtes Play schlechtes Play nein 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 kann doch nicht sein der Aufnahme machen geht es nicht na ja wir können ich dachte ich das das Gute ist an dem Spiel selbst wenn du voll am Verlierer ist macht nur Spaß ja okay man kann nicht jedes Game gewinnen scheiße das war nicht so das gewinnt man noch easy scheiße das Springer habe ich nie richtig hinbekommen ich habe sogar mal ein Tutorial gemacht ich konnte doch nicht so hoch springen hallo Leute beherrscht euch mal ich wollte ja nur ein bisschen an Schwung geben ja so wir holen das Ding noch auf Leute Vorlage Fabian Bro und der Typ schön weg im Block da noch ja geil gemacht ich zieh durch ja 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 du hast du mich gerade geschobst vielleicht vielleicht ja so siehst du schon aus okay den bring ich in die Mitte ja okay den haben sie selber in die Mitte gebracht ja selber ja selber okay ich bring den nochmal in die Mitte irgendwie ich habe auch keins ich habe auch keins ah fuck nein ah scheiße kein Ding haben wir es selbst aber wir bringen wer hat denn da Seifenblasen der eine Typ da ja das ist mir schon klar dass es irgendein Typ hat es geht die ganze Zeit blubber 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 man Fabian den hätte schon gekriegt ja das ist mir schon klar dass es irgendein Typ hat so weiter geht's ich habe kein Nitro kriegt ihr ach nein verdammt da hätte ich dieses Nitro nicht zünden sollen ich hätte es nicht zünden sollen verdammt wie heißt der Regulking auf die Scheiße komm ich nicht her an das ist aber auch nicht schlecht die Leute ich bin nahe rechts ich bin mit dem Zielsgelber nach rechts gar nicht nirgendwo nirgendwo das ist aber auch nicht schlecht die Leute was soll ich AAH scheiße da ist jetzt vor dem brot geblockt okay nein ich habe ihn da hat sie war scheiße ich hab keine E-Tro denn die Gäste im Däumen ich war nicht dran nein scheiße oh mann die Game Awards Statue als Töne gewöhnt für g die nämlich was auch bereit gut war jetzt nicht so fähig die Säure uns am Anfang ein bisschen überruppeln die Statue an die Schau Leel wie sehen wir denn aus ja das ist so ein Spiel gut ein Spiel auf Nummer 2 keine Ahnung wie lange es sind das Spiel ist bei mir nicht nach links sieht ich gehe nach rechts ich gehe nach rechts wir haben ordentlich weggehauen wo war der Boost hab ich hab ich weiße und verarbeiten ganz schlecht betroffen nein gut ich bringe ihn in die Mitte wieder ah die Assis das schreibt jemand auf Skype das ist das Ding überhaupt noch andere habe hier drinne der ist nicht drinne aber der klaut noch meinen Boost vor der Nase weg ja hast du gesehen die Parade Hammer Fabian der ist drin der ist drin der ist ist drin nicht na scheiße nicht geblocken können da fahr ich ein bisschen so an der Seite lang nicht nix nix bist du nach vorne fliegen durchziehen ich hab ihn doch ja Fabian gut Fabian hat es gemacht 1-0 jetzt gewonnen wir das Game Perfekt Perfekt ey da werden alle haben wir fast noch geblockt ne ach ne ich bin rechtzeitig weggegangen ich komm nicht dran ich komm nicht dran ja von wegen du kommst dran ich war dran war doch alles geplant ne Fabian ich wusste nicht dass du von da kommst nicht immer blocken und auch nicht immer gleich springen wenn ihr mal einen Ball seht aber wir müssen springen oh Fabian hat das Ding noch reingehaut ja aber den hätte der sonst gehalten natürlich hätte der den gehalten geil gemacht Junge oh spielt man das genau haha wie geil haha ich komm dran ich komm dran ok ich muss noch mal kurzeres testen alles klar gut Fallkontakt hat dich am ersten Vorsicht die Assis die Assis nein Glanzparade ok ich spring hier vor ich spring hier vor ja Clemens der Jump der war scheiße ja ich die Sache ist ähhh bisschen zu gerade gefahren ja Fabian der ist zu drüber der ist drüber der ist drüber schein zweimal ok ich schramm die auch noch jetzt einfach weg damit ihr freie Bahn habt das ist natürlich auch so Leute jetzt seid ihr down nein warum bin ich jetzt nicht gesprungen jawohl ja Fabian hat das Tor gemacht Nehmen Cedric ja naja ohne Scheiß guck sie hat immer laut und durchgezogen hier Boots schönes Ding schönes Ding 3-0 Leute ich hab doch gesagt komm dran ich komm dran soll ich durchziehen nein nein das wird ja danke ah der Typ hat mich weggeblockt bring ihn dir mit besser ging ich haha du wüsst nichts machen das machen die nach vorne schon ich bin ganz hinten ich bin ganz hinten okay dann zieht sie durch der war genial gemacht Mann ah der Assi war noch da Fabian glaubt ihr den Mist weg ah scheiße ich hole aus nicht wegschießen ah ich bin einfach mal gejumpt und irgendeiner hat mir schon wieder den Bus geklaut Entschuldigung haha ne keine Ahnung ne nein das hatte ich ja nicht beabsichtigt das sollte das war geplant eigentlich gerade nein jawohl nein 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 scheiße hat es stimmt ich hab grad den Ball nicht mehr gesehen weil davor was war da kann man ich weiß aber ich ähm die Kamera war so dass ich von außen geguckt habe und da war der das Zeug dazwischen weißt du ok dann hab ich die Ball jetzt nicht nochmal gesehen das war total scheiße echt oh mein Gott wie kann man eigentlich so hohe Sprünge machen wo ne mein Satz rein ich bin geämmert das Ding 5 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 6 6 6 6 6 8 9 9 10 10 10 12 ich hab das Ding so perfekt rüber gespielt okay 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 ich versuche einen Nachschuss zu bringen aaaaah der war nicht gerade gut der Nachschuss der war nicht gut ja das war, wir hatten ja die Nase weggeschnappt okay okay kriegen wir na kommt dran ah verdammt da war er ja was kommt an wir lassen uns nicht auskommen wirst du auch ich bringen ihn da vorne in die Mitte ja ich beide gehörte ich jetzt AAAAAAHHHHH NIEIN Scheiße war das knapp huiii nicht zerstören hoppla das NOOOOOOOOON nisch nisch Junge nee das war Tommi ja das haben wir ich wollte auf torwart der ziel über drüber drüber da scheiße weil ja sie alle wir haben gewonnen leute wir haben gewonnen ach du scheiße fettes dinge ich würde mal sagen wir machen immer drei games und dann ist die nächste folge oder so macht man das wo ich dabei hatte ich der gang mit einem noch okay ich bin nicht dran und den Ball wegschieben bei mir stehst du hinter mir? Nein ich bin hier links ich fahr nach rechts weg, du kannst gerade durchgehen jetzt gut, warte gehts ach die scheiße perfekt nein na Fabian was war das? ah nicht ganz das war nicht richtig das war nicht richtig gestanden BOOM hast du ihn gesehen? hab ich, hab ich, hab ich BOOTS geil gemacht Junge 1-0 Clemens, 1-0 er fahrt wieder vor und alle vor ich komm ran ich komm ran okay, okay ah, nee, also ist BAM! da war nicht schlecht, aber ich klinge jetzt geh weg okay, okay natürlich war der nicht schlecht versuchen wir in die Mitte zu kriegen na scheiße, da war nicht richtig von der Position her was macht denn hier beide da, das wird zu auch nichts ja ich geh ins Tor einfach ich versuche ihn nach vorne zu bringen gut, warte gehts kommen die in die Mitte ja, 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 wo ist der? nein, 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 für zu weit, für zu weit ich bin zu weit weg bisschen voll, musst du schon ah scheiße, ja, 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 ich weiß, ich hab mich halt nur gerade da hast du ausgleich nein, das ist nicht nein, das ist nicht ich hab ihn ins Tor geschoben und ich mach nein und ich mach nein nein, nicht wenn ich das Ding rette, ja geht weg, geht weg, beide weg, beide weg ich hab, ja ja, ok ah nein, ich wurde gerade warte, warte, warte warte, komm mal rein was ist das Clemens? hä, das ist doch der Tudel? äh nischt es oh mein Gott, es bleibt spannend, Leute es bleibt spannend ok, hab ich, hab ich oder hab dir? dauer mich ich hab noch nichts gemacht oh mein Gott du hast mich voll gerammt, Junge ah verdammt ich dachte ich krieg das Ding ah, jetzt war sie wow ok, ok, warte, ich bring ihn nochmal an die Mitte ne, meins, macht aus, ja oh mein Gott oh mein Gott ich hab keine Ruhe, ich hab keine Ruhe ich hab keine Ruhe, ich hab keine Ruhe, sehr schön, sehr schön Tommy, rein, warte, warte, warte ah, er hat er geblockt, der Assi oh mein Gott hab ich hab ich oh, was ich war da auch noch ja, ich bin extra weggefahren, weil ich das nicht blocken wollte aber dann kommst du schon anders versuch da ein Tor draus zu machen da war ich nicht schnell genug weg ok, den mach ich, den mach ich naja komm ich schießen vor jawohl, jawohl sehr schön, sehr schön sehr schön, sehr schön BUUUUUM hast du das gesehen, ey Tommy, der Herr Schießt das 2 zu 0 ich hoffe ok vielen Dank, Leute vielen Dank ich hoffe ok 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 ah ne, das war total bescheuert ich war ich war ne, ne, ne das war nicht gut oh, Fabian, sorry ne, ne, war es ok ich hab versucht von vor weg zu bringen irgendwie ne, 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 ne ich bringe die grad rein ich bringe die grad rein geh mit das Spiel irgendwie vor ne, aber auch noch mal irgendwie in die Mitte irgendwie in die Mitte noch ein Stückchen ja, der kommt ja, der kommt NEIN bin nicht getroffen er hat mich geklappt naah scheiße der war nicht ja, NEIN neiiin eh, Clemens, okay das war geplant so damit ich den jetzt von hier aus blocken kann nein und jetzt habe ich einmal vorbei und ich habe den geblocken die beiden rübergebracht schiebte mich weg scheiße 20 ja aber ich komme ran oh mein gott oh mein gott oh mein gott nein nein konzentration der selbst geht es in die nachspielzeit wo leute hier nicht in die mitte zieht nicht mit dem nicht nach links geht es in der rechts ok na toll das war gerade genial ich komme ran der war gut aber noch nicht perfekt ja guck dir das an nach meiner vorlage die da leider nicht angezeigt wird ja schönes ding geil gewinnt man leute gg wir haben gewonnen leute durch die beteiligt freigeschleifen gg wir sehen uns dann in der nächsten folge wo wir alles ab rocken werden auf wiedersehen auf wiedersehen alle so leute ja Bis zum nächsten Mal.